What's up? Und herzlich willkommen zur Rap-Show. Flair vs. MC Boogie, PA Sports vs. Manuelsen. Wie lange hält der Frieden? Ich bin Mr. Rap, dranbleiben. Leute, wir haben heute gleich zwei Beefs mit im Gepäck, wo vordergründig jetzt Frieden herrscht, die Stimmung allerdings doch nicht ganz so positiv zu sein scheint. Fangen wir an mit Flair und MC Boogie. Da ging es ja in den letzten Wochen so richtig ab. Es gab beispielsweise eine Einladung zum sportlichen Boxkampf von MC Boogie an Flair. Flair wiederum nahm diese nicht an und verhielt sich dabei lau MC Boogie unsportlich. Es gab zahlreiche gegenseitige Instagram-Ansagen, die dann ab und zu auch mal recht ungemütlich wurden. Zwischenzeitlich war auch B-Dash mit involviert. Jetzt allerdings gab es folgende Instagram-Story von Flair. Flair schrieb vor einigen Tagen, es gibt zwischen Boogie und mir kein Problem mehr. Es wurde sich ausgesprochen, alles Liebe für die Zukunft. In einer zweiten Instagram-Story schrieb Flair dann außerdem noch, auch alles Gute für Mock. Mutter beleidigen ist auch zu viel gewesen, alles Liebe, 19 Tracks auf CCN. Eine direkte Reaktion von MC Boogie blieb erst einmal aus. Vorgestern dann allerdings haute MC Boogie raus, sagte, er könne sich aus privaten Gründen derzeit nicht über den Flair-Beef äußern, kündigte allerdings ein Statement für morgen, also gestern an und das kam dann auch. Dieses Statement von Boogie beginnt direkt mit den Worten, hier das Statement zu dem Beef mit Flair, wo ich meinte, es ist gar kein Beef. Boogie erzählt weiter, es gebe im Internet solche Sprüche von wegen Flair habe ihm die Ehre genommen. Man könne Boogie aber nicht die Ehre nehmen und wenn, dann müsste das auch von jemandem geschehen, der selber Ehre habe. Auch sagt Boogie, er sei angerufen worden und gefragt worden, ob er Probleme hätte, angeblich hätten Leute vor seiner Tür gestanden oder er sei geschlagen worden, das alles seien nur Gerüchte. Tatsächlich allerdings habe es im Hintergrund Gespräche gegeben mit Leuten, es wurde über Flair gesprochen und man sei am Ende im Guten auseinandergegangen. Aber Boogie sagt auch, das Statement von Flair, von wegen man habe sich ausgesprochen und alles geklärt, das stimme nicht ganz, denn es sei eben über Flair gesprochen worden und Flair sei halt selber nicht dabei gewesen. Und das sei dann laut Boogie auch der ganze Stand in diesem hängen gebliebenen Beef. Also zum einen vordergründig wohl Frieden, aber Best Friends, das wirkt jetzt nicht ganz so. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, was da noch passiert und kommen damit dann zu P.A. Sports vs. Manuelsen. Auch hier vordergründig Frieden, aber so richtig, so positiv wirkt es nicht. Nachdem es zwischen Manuelsen und P.A. Sports ja schon jahrelang unter der Oberfläche irgendwie zu brodeln schien, platzte die Bombe dann im November letzten Jahres. P.A. Sports veröffentlichte hier seinen Track 100 Bars Final Kill mitsamt einer Zeile, wo er sich selber als King im Ruhrpott betitelte. Manuelsen wiederum reagierte darauf und sagte, King im Ruhrpott könne doch nur sein, wer auch im Ruhrpott lebe. Daraufhin wiederum reagierte Ruhr, also Life is Pain signing, und sagte, das Ganze erinnere sie ein wenig an Kindergarten. Und daraufhin eskalierte das Ganze dann komplett. Es gab einen Livestream von Manuelsen, wo dieser auch ordentlich gegen Ruhr schoss. Daraufhin dann dieses 30-minütige YouTube-Ansage-Video von P.A. Sports gegen Manuelsen. Es ging zahlreich hin und her, bis man dann irgendwann wieder vordergründig Frieden schloss. Allerdings auch seitdem wieder ab und an mal so unterschwellige Sachen. Das ist am Bröckeln. So auch jetzt wieder massiv und Manuelsen saßen bei TV-Straßenzonen im Interview zu Ghetto. Und natürlich wurde Manuelsen auch auf den ein oder anderen Beef angesprochen. Und Manuelsen sagt hier, es gebe da ja schon ein paar Leute. Dieser eine beispielsweise habe sich eine halbe Stunde ins Internet gesetzt und Lügen erzählt. Dieses Video, das seien einfach zu 98% Lügen. Wenn das gut für ihn sei, okay, er selber sei stark genug. P.A. Sports wiederum reagierte auf diese Aussage von Manuelsen im Rahmen einer Instagram-Fragerunde. Wurde nämlich gefragt, ob er dieses Interview gesehen habe, wo Manuelsen sagt, P.A. Sports habe zu 95, eigentlich 98%, gelogen. Und P.A. Sports antwortet mit anstrengend. Daraufhin gab es dann wieder eine Antwort von Manuelsen, welcher nämlich schrieb, ich bin halt anderer Meinung, aber trotzdem Frieden. Alles gut, Habibi. Vier Herzen und Grüße an euch alle. Hashtag Life is Pain. P.A. Sports wiederum reagierte auch und schrieb, was auch immer. Punkt, Punkt, Punkt. Man kennt sich nicht seit gestern. Grüße zurück, Habibi. Also auch hier wieder Frieden, aber Best Friends jetzt nicht unbedingt. Bleibt abzuwarten, was da noch passiert. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das ist nicht das letzte Video, wo es um P.A. Sports und Manuelsen geht. Was denkt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war es von mir. Abonnier und aktivier. Die Glocke. Tschüssi. Nicht jeder Rapper kann so schön sein.